Ich lerne Deutsch. Nummer 13338 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schminke mich gerne. Aber meine Mama mag das nicht. Welche Aspekte deines Studiums findest du besonders herausfordernd? Welche Aspekte deines Studiums findest du besonders herausfordernd? Welche Aspekte deines Studiums findest du besonders herausfordernd? Woher hast du das technische Wissen, das du brauchst, um diese Dinge zu reparieren? Woher hast du das technische Wissen, das du brauchst, um diese Dinge zu reparieren? Sich selbst gut zu fühlen ist etwas, das von innen heraus passiert. Sich selbst gut zu fühlen ist etwas, das von innen heraus passiert. Ich zeige dir, wo du das Ergebnis speichern kannst, damit du es später wieder findest. Ich zeige dir, wo du das Ergebnis speichern kannst, damit du es später wieder findest. Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten. Das Team bereitet alles für meine Show vor. Sehe ich dich heute Abend Backstage? Das Team bereitet alles für meine Show vor. Sehe ich dich heute Abend Backstage? Das Team bereitet alles für meine Show vor. Sehe ich dich heute Abend Backstage? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Team bereitet alles für meine Show vor. Sehe ich heute Abend Backstage? Das Team bereitet alles für meine Show vor. Sehe ich heute Abend Backstage?